Hallo meine Liebe Leute, das ist meine fünfte Folge. Ich nehme als erster die Kaputte an. Dann nehme ich die Mutter an. Wie zum Beispiel gehen, ihr könnt euch freuen. Oder noch viel andere. Ja. Dann fangen wir an. Es ist sozusagen ein Nachrichtenwagen, glaube ich. Da oben rauf gehen und ja. Da ist ja ein Vogel drauf, oder was ist das? Ist dann ein Auto in Made in China. Also nicht sehr stark. Da habe ich keine Automarke drauf. Weil es schon wie gesagt aus China ist. Also China. Es ist weiß. Mir gefällt es trotzdem. Wenn man es wegtut, das ist voll fest. Es kann nicht so leicht wegtutun. Komm weg. Geh weg. Nee, geht nicht. Dann wäre das ein Anhänger. Aber wir lassen es auch so. Ja. Das war's, liebe Leute. Danke, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Und da geht's. Okay.